Alle Leute, die mich gut kennt, weiß, dass ich alles tue. Ich bin erreichbar 24-7. Ich schlafe fast nie und ich bin immer da, egal in welchen Hinrechnungen, ich tue immer alles für meine Franchisenehmer, was auch mehr von denen sind auch sehr gute Freunde geworden. Mit der Zeit natürlich. Die haben gemeinsam einen sehr guten Konzept hochgebaut. Das hat doch vielleicht ein super, sehr, sehr, sehr gutes Konzept. Und jetzt sind wir die einzige Tattoo-Kette in der Welt. Das sind gesponsert von Cheyenne.